Gola Frau Lündem heißt diese elfjährige Lackschwarze Prinzessin. Sie ist ein Verkaufspferd von Bockershof. Gola ist 1,42 m groß und eine Fünfgangsstute mit sehr viel immer taktklarem sprudelnden Tölt bis ins ganz hohe Tempo hinein. Sie hat auch einen ordentlichen Trab und guten Galopp, guten Schritt und einen schnellen, sicheren Rennpass, der extrem leicht zu reiten und sehr leicht zu legen ist. Gola macht einfach nur Spaß. Ob durchs Gelände stundenlang zu tölten oder aufs Turnier zu gehen, Lehrgänge zu besuchen, Gola lässt einfach keine Wünsche offen. Sie hat keine Angst vor irgendwelchen äußeren Einflüssen und ist unter dem Reiter so mittelsensibel. Sie reagiert gut aufs Bein, aber nicht zu sehr und ist ganz leicht und fein in der Hand. Am allerliebsten läuft sie sowieso am durchhängenden Zügel im Tölt im mittleren Tempo. Das macht ihr am meisten Spaß und uns natürlich auch. Sie macht wirklich Freude zu reiten und man will gar nicht wieder absteigen, wenn man erst einmal drauf sitzt. Aber seht selbst. Und wenn euch die Gola genauso gut gefällt wie uns, dann könnt ihr gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Schaut also das Video bis zu Ende an und die Kontaktdaten, die findet ihr gleich oben rechts im Bild. Und jetzt noch viel Spaß mit Gola Fröldenten. Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017